Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich glaube, so verschieden, wie wir Menschen alle sind, wonach wir uns alle sehnen, ist der Zustand des inneren Friedens. In meiner letzten Podcast-Episode habe ich über dieses Thema gesprochen und ich freue mich sehr, dass es so stark bei euch angekommen ist. Heute bekommt ihr nun die dazugehörige Meditation, wie versprochen. Ich empfehle dir allerdings, erst den Vortrag zu hören, also in der letzten Episode, und dann die Meditation zu genießen. Sie schenkt dir einen Zugang zu deinem inneren Frieden. Den wünsche ich dir und einen wundervollen Tag. Ich heiße dich von Herzen zu einer weiteren Meditation willkommen. Es geht um Loslassen. Und wie schon erwähnt, paradoxerweise, obwohl wir uns oft so sehr danach sehnen, Altes loszulassen, es ist nichts, was wir tun können. Aber wir können uns darauf vorbereiten. Und was uns oft dabei hilft, ist vorhin in die Anspannung zu gehen. Zum Beispiel in die Anspannung von Yoga, die Anspannung von Arbeit, von Sport. Und aus der Anspannung heraus fällt es uns oft leichter, bewusst loszulassen. So, wenn du jetzt deinen Platz gefunden hast, im Sitzen oder im Liegen, dann lade ich dich als allererstes ein, dir bewusst zu machen und das vielleicht sogar einmal innerlich bewusst zu dir zu sagen, dass du gar nichts musst. Du musst nicht loslassen. Wenn dein Bewusstsein wählt, an etwas festzuhalten, an einer Geschichte, an einem Gräuel, an einem Gedanken, dann macht es das einfach. Du musst doch nicht jetzt während der Meditation irgendetwas Besonderes erfahren. Alles kann so erfahren werden, wie es ist. Erlaube dir, den Luxus für die kommenden Minuten einfach dabei zuzuschauen, was dein Bewusstsein tun will. Ob sich dein Bewusstsein entspannen möchte oder nicht. Es kann sein, dass schon allein dadurch, dass du sagst, ich muss gar nichts. Etwas in dir weicher werden. Du musst nichts kontrollieren. Du musst nichts verbessern. Du musst nirgendwo hin. Lass noch mal nach innen und frag deinen Körper, ob er etwas verändern möchte. Etwas, was ihm hilft, sich noch mehr in diese Trauungsszene zu entspannen. Und falls du deine Augen noch nicht geschlossen hast, lade ich dich ein, wenn das angenehm für dich ist, die Augen jetzt zu schließen. Dann lausche nach innen. Stell dir vor, da gibt es einen weiten, weiten Raum in dir. Ohne Grenzen. Er beginnt hinter deinen Augen. Er reicht weit, weit nach oben, zu den Seiten und nach unten. Und während du deinen Körper noch wahrnimmst, wie er hier sitzt oder liegt und atmet, und während du die Geräusche hörst, zum Beispiel die Stimme, die spricht, lade ich dich ein, dich bei jedem Ausatmen etwas mehr in diesen weiten, weiten Raum fallen zu lassen. Und es ist ein angenehmes Fallen. Das heißt, wenn du an einer riesigen Daumendecke fährst, und während du beim Ausatmen noch mehr loslässt und weiter wirst, kann sich dein Körper noch etwas mehr entspannen. Schultern können noch etwas mehr loslassen. Deine Stirn kann sich entspannen, wenn sie möchte. Und die Arme und Beine können etwas schwerer werden. So wie fühlt sich das für dich an, wenn du dir für einen Moment erlaubst, überhaupt nichts zu müssen? Und dann in diesem weiten, weiten Raum in dir beginne nach einer Sache in deinem Leben zu suchen, die dich belastet. Etwas, was dein Bewusstsein beschäftigt. Eine Geschichte mit dir selbst, mit einem anderen Menschen. Etwas, was immer wieder kommt. Deine Zwiegespräche, dein Gespräch mit anderen Menschen, nachts, wenn du wach liegst. Ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass du jetzt gerade diese Worte hörst, weil es da etwas gibt in deinem Bewusstsein, was dich belastet. Eine Geschichte, die immer wiederkommt, die sich wiederholt, die dich traurig oder wütend macht, die deine Lebensenergie bindet. Manchmal ist es etwas an uns selbst, mit dem wir nicht in Frieden sind. Etwas, was wir uns selbst vorwerfen. Manchmal ist es die Beziehung zu einem anderen Menschen. Vielleicht gibt es mehrere Dinge in deinem Leben. Doch für jetzt erlaube deinem Bewusstsein, eine Geschichte auszusuchen. Wahrscheinlich ist sie schon da. Und als allererstes lade ich dich ein, nochmal ganz kurz, aber ganz intensiv, die Last zu spüren, die diese Geschichte oft in deinem Leben hat. Zu spüren, wie deine Energie da festhängt, wie dein kühner, freier Geist, der eigentlich kreieren möchte, der lachen möchte, immer wieder zu dieser Geschichte zurückkehrt. Und auch wenn es vielleicht unangenehm ist, lass uns für einen Moment noch bewusst tiefer in die Spannung gehen. Lass uns für einen Moment die ganze Last, die Dichte dieser Geschichte erfahren, fühlen, nicht nur denken. Bis zu einem Punkt, wo du spürst, etwas in dir ist so müde davon. Etwas in dir möchte gern loslassen. So kannst du spüren, wie viele Momente deines Lebens dich diese Geschichte kostet. wie oft die Gedanken daran deinen Körper verkrampfen lassen. Wie oft deine kostbaren Gedanken, anstatt nach vorn zu eilen und sich mit dem zu beschäftigen, was du dir wünschst, zurückgehen in die Vergangenheit, da festhängen, in einer alten Schallplatte. Ich stelle dir jetzt eine wichtige Frage und ich lade dich ein, die Antwort auf diese Frage ganz ehrlich aufsteigen zu lassen. Bist du bereit, diese Last, diese Geschichte gehen zu lassen? So, falls ein Nein kommt, vertraue dem Nein. Dein Bewusstsein ist sehr, sehr intelligent. Du kannst dann nachfragen. Du kannst fragen, was bräuchte es denn, damit ich bereit bin. Was ein Ja kommt, stell dir jetzt vor, dass es in diesem weiten Raum des Bewusstseins, in dem du dich gerade befindest, einen Kreis ins Licht gibt. Du kannst diesen Kreis auf, wenn du möchtest, selbst auf dem Boden zeichnen. Kreis auf Licht, in dem du frei bist. Frei und klar. Und dann stell dir in deinen Gedanken vor, wie du dich in diesen Kreis stellst. Und vielleicht kannst du sofort die Erleichterung spüren. In diesem Kreis bist du frei. In diesem Kreis bist du geschützt. Hier kommen wirklich nur Dinge rein, die dir gut tun. Genieße diesen Moment in dem Kreis und dann denke noch einmal an diese Geschichte, die du loslassen möchtest. und du fragst dich noch einmal, bin ich jetzt bereit dazu, diese Geschichte aufzulösen, selbst wenn ich vielleicht noch nicht weiß, wie das geht. und wenn du ein Ja bekommst, dann stell dir jetzt vor, dass diese Geschichte von außen ganz nah an diesen Kreis herantritt. sie kommt noch nicht rein. Sie kommt noch nicht rein. Sie kommt näher. Und vielleicht kommt die Geschichte deiner eigenen Person zu dir, sodass du dich selbst sehen kannst. vielleicht in einer Situation, die du dir noch nicht vergeben hast. Vielleicht kommt da aber auch ein anderer Mensch in den Kreis, den du noch nicht vergeben hast. So sieh diesen Menschen dastehen. Vielleicht siehst du auch eine ganze Geschichte wie in einem Film. Und wir wissen, dass unser Bewusstsein solche Geschichten wiederholt, wenn wir noch nicht alles gelernt haben. Deswegen lade ich dich jetzt ein, genau hinzuschauen, und dich zu fragen, ob es noch etwas gibt, was gefühlt werden möchte. Gibt es ein Gefühl, was in dieser Geschichte festhängt? Vielleicht Traurigkeit? Vielleicht Wut? Vielleicht Ohnmacht? Gibt es etwas, was noch gefühlt werden möchte? Und wenn ja, bist du jetzt bereit dazu. Bist du bereit dazu, dieses Gefühl jetzt voll durch dich hindurchfließen zu lassen, ohne ins Drama zu gehen? so stell dir vor, in diesem Kreis aus Licht, bist du fähig, still und würdevoll und frei, alles zu fühlen, alles zu fühlen, ohne dass es dir etwas anhaben kann. und wenn es da etwas gibt, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, dann atme sanft etwas tiefer ein und lass das Gefühl kommen. und lass das Gefühl kommen. Erinnere dich, du bist fähig, etwas ruhig und frei zu fühlen, ohne in ein Drama zu gehen. so als wenn das Gefühl, wie eine Welle aus Energie durch dich hindurchströmt, dich weitet, dich etwas leert und du bleibst einfach frei und still im Kreis stehen. Fühle, wie groß du bist. Fühle, wie frei du bist. Fühle, dass dein Bewusstsein die Stärke besitzt, alle Gefühle willkommen zu heißen. Ist das der Moment, in dem du diese Erfahrung noch einmal führst und loslässt? Wir müssen Gefühle nicht ewig langfühlen. Manchmal reicht ein noch reiner, intensiver Moment. Und dann können wir es gehen lassen. Und es kann sein, dass sich die Geschichte im Außen jetzt bereits etwas beginnt zu entspannen. und zu verändern. Weil du ihre emotionale Lektion annimmst. Und jetzt kannst du dich fragen, gibt es etwas, was zu tun ist, um diese Geschichte aufzulösen? es geht weniger darum, groß darüber nachzudenken, sondern die Antwort in deinem Herzen aufsteigen zu lassen. Frag dein Herz, gibt es etwas, was zu tun ist? vielleicht etwas, vielleicht etwas, was du aussprichst, dir selbst gegenüber oder einem anderen Menschen. Vielleicht etwas, was du konkret tust. vielleicht macht es sofort Sinn, was dein Herz dir sagt. Vielleicht wirst du es später begreifen. Was wünscht sich dein Herz von dir? Was wünscht sich dein Herz von dir? Versprich dir selbst, dass du es tun wirst, wenn du bereit dafür bist. Und vielleicht kannst du fühlen, dass die Geschichte der Draußen außerhalb von deinem Kreis aus Licht immer dünner wird, immer mehr verblassen, weil das, was du aus ihr lernen kannst, anfängt, in deinem Kreis zu wirken. Und dann als Allerletztes lade ich dich ein, aus deinem Kreis aus Licht nach oben zu steigen. Stell dir vor, du kannst in den Himmel schweben. Du schaust von da oben auf diese Erde, diese Milliarden von Menschen, die jetzt gerade leben, die gelebt haben, die noch leben werden. All diese Menschen, die geboren werden, die ihr Bestes geben, so gut es gerade möglich ist, die ihre Verletzungen mit sich bringen, die oft ignorant sind, weil sie es einfach nicht besser wissen. So sieh da nach unten, sieh das Gewinne, und sieh diese eine Sache, diese eine Geschichte, von der du bis eben noch geglaubt hast, dass sie ein Fehler ist. Sieh da runter und sieh, wie winzig sie ist in diesem riesigen Universum an Möglichkeiten. und reise noch weiter hoch, sieh die Erde eingebettet in unser Sonnensystem, die Sterne, die Galaxien und sieh, dass alles, was da unten auf dieser kleinen, winzig kleinen Erde passiert, irgendwie durch diesen gesamten Kosmos beeinflusst wird. und von hier oben, wenn du runterschaust, kannst du sehen, kannst du verstehen, wie absurd es ist, zu denken, sich anzumaßen, zu denken. Du würdest verstehen, und du wüsstest, was damals hätte passieren müssen. Vielleicht entspannt sich diese Geschichte jetzt noch etwas mehr aus dieser Perspektive. Dann singst du langsam wieder zurück in den Kreis aus Licht. Und jetzt stelle ich dir noch eine Frage. So stell dir vor, all das, obwohl du noch bis eben gekräult hast, dir oder einem anderen Menschen, macht auf einer tieferen Ebene Sinn. Stell dir vor, all das, was in deinem Leben bis hierher passiert ist, ist dir ein Geschenk, eine Lektion. So als wenn es leben möchte, dass du noch größer, noch freier, noch liebevoller wirst. so als wenn du jetzt aus deinem Kreis aus Licht diese Situation schaust und dich fragst, wenn das alles meine maßgeschneiderten Geschenke sind, wenn das alles dafür da ist, das ich erwache, dass ich erwache, was könnte das Geschenk dieser Geschichte für mich sein. Dann lass dein Herz zu dir sprechen. vielleicht sag dein Herz, da gibt es kein Geschenk. Ich will kein Geschenk sehen. Respektier diese Wahl, doch vielleicht erkennst du gerade, dass es einen Wert darin gibt und dass es Zeit ist, diesen Wert für dich nach Hause zu holen. Bist du bereit, den Wert voll in Empfang zu nehmen, selbst wenn du vielleicht im Augenblick noch nicht alles verstehen kannst? Und wenn du darauf ein Ja bekommst, dann öffne jetzt deine Arme und ruhe diese Geschichte in den Kreis. Anstatt zu versuchen, sie loszulassen, umarme sie. Stell dir vor, du wirst im Kreis einst damit. Stell dir vor, in diesem Kreis hast du die Kraft und die Freiheit, alles, was in deinem Leben passiert, das Dunkle und das Helle, Schmerz und die Freude, mit offenem Herzen zu umarmen. Du lässt es los, indem du es voll umarmst, indem du sagst, komm, nimm mich, lehre mich, führe mich, weite mich, weite mich, zeige mir, wer ich wirklich bin. und es kann sein, dass sich jetzt gerade die Geschichte diesem Kreis auf Licht auslöst, dass du dich selbst in deiner Form auflöst, dass alles, was bleibt, Frieden ist, Frieden eines Bewusstseins, sich selbst tiefer erkannt hat. und erlaubt dir noch für einen Moment in diesem kostbaren Frieden zu ruhen. Daran aufzugehen, frei zu sein, es ist, erlaubt, es ist, so kannst du mit jeder Geschichte in deinem Leben, die noch offen ist, verfahren. Manchmal wird dein Bewusstsein vielleicht sagen, nein, ich bin noch nicht bereit. Und es ist gut, das zu respektieren und zu sagen, okay, dann spiel noch weiter damit. Denke weiter darauf rum. Erfahre es nochmal und nochmal. Doch je öfter du das machst, je öfter du selbst im Kreis des Lichts bist und diese offenen Geschichten kommen lässt, so schneller wirst du lernen, so schneller wirst du vergeben, so schneller wirst du umarmen, denn indem du es umarmst, lässt es los, dass dein ganzes Leben eine einzige Umarmung ist und du völlig frei. Und wenn du in einigen Momenten wieder zum Tagesbewusstsein zurückkehrst, lade ich dich ein, die Brücke zu schließen zu deinem normalen Bewusstsein, indem du dir wieder ein Blatt Papier nimmst und einfach formulierst, was du bereit bist zu vergeben bzw. loszulassen. Und erinnere dich daran, es ist nicht wichtig, du weißt, wie das geht. Es ist einfach nur wichtig, deinem eigenen Bewusstsein zu signalisieren, ich bin bereit zu vergeben. So setz dich hin und lass dich überraschen, was du alles vergeben möchtest. Die Art und Weise, wie du hektisch und hart auf Arbeit läufst, streit mit deinen Liebsten, mit dir selbst, Geschichten aus deiner Vergangenheit. Vielleicht sind wir hier nur zusammengekommen, damit dein Herz endlich Frieden findet. Und dann atme wieder etwas tiefer ein und stell dir vor, du kannst mit dem Einatmen diesen Kreis aus Licht hierher bringen in den Raum, in dem du jetzt gerade liegst oder sitzt. So stell dir vor, dieser Kreis aus Licht, der umgibt dich jetzt gerade, du kannst es spüren. Und während du ein- und ausatmest, regelst du wieder deinen Körper. Genau so, du spannst deine Muskulatur an und jetzt öffnest du deine Augen ganz sanft und du bist hier. Es kann sein, dass du dich ganz zart mit dir selbst führst. Du liegst in einem Kreis aus Licht, schaust um dich und du weißt, wenn dein Bewusstsein klar ist, bist du immer sicher. Und ich lade dich ein, den Rest des Tages wirklich ganz, ganz gut mit dir zu sein und Dinge zu tun, die dir gut tun und darauf zu vertrauen, dass die Wahlen, die du heute getroffen hast, in deinem Unterbewusstsein weiter wirken. So achte auf deine Träume. Dankeschön. 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 Das war eine Folge aus dem Podcast Seelen gevögelt für die Rebellen des Geistes. Wusstest du schon, dass du viele weitere geführte Meditationen mit Veid auf Homo Dea findest? Wir verlinken dir Homo Dea in der Beschreibung. Wir freuen uns auf dich. Untertitelung des ZDF, 2020